Unser Alltag ist geprägt von Schnelllebigkeit und Veränderung. Scheinbar stehen wir mit der ganzen Welt in Verbindung und kommunizieren über alle Grenzen hinweg. Gerade deshalb ist es wichtig zu wissen, was mit unseren Daten geschieht. Denn nicht jede Information sollte nach außen dringen und für jeden verfügbar sein. Ob es sich nun um Geldgeschäfte oder andere sensible Informationen handelt. In jedem Fall sollte man wirklich sicher sein, dass nur autorisierte Personen Zugang dazu haben. Neueste Technologie mit Intel Xeon Prozessoren, unbeschränkte Erweiterbarkeit und Verwaltungsfunktionen auf dem aktuellsten Stand der Technik machen die Bluechips Serverline zum zuverlässigen Partner für jede Datenarchivierung. Mit ihr stellen sie sicher, dass auch exponentiell anwachsende Datenvolumina der Zukunft keine Probleme mehr darstellen. Die Bluechips Serverline bietet die Sicherheit, die Unternehmen täglich benötigen. Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht – für heute und morgen. Bluechips – Creating Computers o Version 1 Ab Fergus aber bleibtford nicht aus der bringe Rev段 Dias oder dabei Verwaltnoten